Hast du schon immer mal so einen Top-Cylinder-Wählen? Günstig und zum guten Preis? Komm morgen zu uns! Kurbel-Wählen Top-Preis in Piaccio Den können wir ja da... Ungebraucht, einfach Reto-Geschickt irgendwie Nagelneu, Dichtfläche nur noch ein bisschen verkratzt Dichtungen, alles dabei Ey Jungs, ein Schnäppchen! Ein Schnäppchen! T-Shirts Für Ladies Das sollte eine Kappe sein! Ja! Bei der San-Franco, von Chur oben her Krümmer 18mm Schau, da hat's Polini drauf Hier? Hier? Ui, schau mal! Räderzeug Räderzeug Ich habe es schon dann gut Der ist der Läder im Ring, oder? Nein, der ist neu Das ist alles so? Nein, der ist neu Spannst du schon an? Der Längeweg weisst du Also der Christoph hat den klassischen 50 Robo haben Brand Heiss Der Mofa Kalender 2020 Kommen wir vorbei Wir haben dann wieder Oben ein Schnäppchen, das wir machen können Ja, hat schon noch wenige Beschüsse Gabeln Zylinder Auspuff Zylinder liegt hier oben Uuuu Halt alles wieder so kleine Sachen, die irgendeine Macke haben, aber die wir einfach nicht wollen fortrühren, darum kommt doch vorbei Ich glaube, jeder findet irgendeine Schnäppchen Tankdeckel C Sehr geil Weiss Geflickt wie von einem Profi Mit Kleber VDO Da kommen wir noch Ah, schau auch Die neue Mofa Kalender Yeah Schauen wir mal rein Uuuu Heisse Puzzle Brand Heiss Februar Schönstes Wetter Haben wir hier für euch bereitgestellt Ich glaube, da fehlt ein Kolben dazu Sonst wäre der wie neu Kleine Gusslung Wir haben auch noch 41 Membranzylinder Sachs Heiss Sachs Ihr seid einmal einfach zu faul um es wieder zu verräumen, oder? Wir können natürlich auch noch als jemand von den ersten Kalender direkt holen kommen Das ist gerade noch im gleichen Kalenderverkauf gestartet Also lasst euch da nicht gehen greift dazu Freut uns auf euch Wir haben einen Grill Da darf jeder selbstverständlich seine eigenen Würste oder sein Fleisch mitnehmen Da stellen wir die Grill gerne zur Verfügung Alkoholfreie Getränke sind selbstverständlich handgestellt von uns Ja Dann Ich würde sagen immer mehr oder weniger alles was man braucht für einen guten Abend Schönen Sonnenuntergang habe ich bestellt dass es nicht passen Genau Bis morgen Bis morgen in alter Frische und kommen genug Früh dass ihr sicher nichts verpassen bis heute ist und mit ihr Plot immer die das ist das was das 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 Bis zum nächsten Mal.